So ein Miststück. Wer? Na, Jessica. Wieso denn das? Ich dachte, der Fotograf hat dich jetzt... Ja, ja, aber sie hat mir ja gesagt, dass ich helfen soll. Das hat die mit Absicht gemacht, damit ich mich vor Papa blamiere. Hey, Vivian. Hat hier keinen Kopf. Alle wissen, dass der Typ eine Diva ist. Jessica hat recht. Komm mal her. Ist mir auch egal. Komm, wir müssen los. Das Spiel fängt gleich an. Ah, ja. Ja. Bis später. Ciao. Ciao, Vivi. Ciao. Ciao. Untertitelung des ZDF für funk, 2017